Zuerst legen wir die Länge, die wir hier abisolieren möchten, fest und ich habe die Stelle mit einem Edding markiert. Für mein Beispiel, weil es leichter zu filmen ist, isoliere ich hier etwas länger ab. Ansonsten solltet ihr die Abisolierung so kurz wie möglich halten. Um die Isolierung zu entfernen, gibt es verschiedene Werkzeuge und Möglichkeiten, zum Beispiel ein Messer. Ich habe hier aber das simpelste Abisolierwerkzeug aus dem Werkzeugset genommen. Und mit diesem Werkzeug ist eben garantiert, dass wir nur die äußerste Schicht entfernen und einschneiden und die Isolierung der Adern im Inneren nicht beschädigen. Das ist wichtig. Das Kabel wird nun in die erste Mulde passend für diesen Kabeldurchmesser geschoben und dann das Werkzeug ein paar Mal gedreht. Dadurch löst sich die Isolierung und wir können diese ganz einfach abziehen. Darunter kommt der Mantel zum Vorschein. Diesen ziehen wir jetzt erstmal zurück und wir erkennen neben den Adern auch noch ein Drahtgeflecht und einen Plastikmantel. Wir haben hier ein Kabel mit flexiblen dünnen Adern. Es gibt auch sogenannte Verlegekabel mit dicken Adern und die würden hier nicht in den Stecker passen. Es gibt aber auch hierfür wieder spezielle Stecker zu kaufen, für den Heimgebrauch aber auch wieder untypisch. Jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Einschub bezüglich der Stecker. Ich werde hier den Mantel und das Drahtgeflecht nämlich komplett entfernen, weil ich später simple Stecker aus Kunststoff nutzen werde. Kunststoff leitet nicht und ich kann hier also auch keine leitende Verbindung zum Steckergehäuse herstellen. Wenn ihr Stecker aus Metall benutzt, dann sieht das aber anders aus. Hier solltet ihr das Metallgeflecht mit dem Metallstück des Steckers verbinden. Meist haben diese Stecker auch eine Klemme oder sind am unteren Teil des Steckers dann aus Metall. Da kann man eben die Verbindung dann herstellen. Hier für den simplen Heimgebrauch bei einem Kabel vom PC zum Ruder werden aber sehr oft reine Plastikstecker benutzt. Mit kurzen Strecken und einem Gigabit LAN läuft bei mir hier auch alles stabil und einwandfrei. Für längere Strecken und professionelle Setups in Firmennetzwerken sind die Ansprüche natürlich höher. Es gibt nämlich auch noch verschiedene Kabel, Standards, Dosen etc. Ich werde dazu auch wieder im Artikel einige Infos festhalten. Schaut da wie gesagt auch mal rein. Pinbelegung bzw. Farben Wie wir sehen sind die einzelnen Adern verdreht. Wir müssen diese jetzt nach Farbe ordnen und auch etwas begradigen. Am besten ist es, wenn die Kabel so knapp wie möglich in den Stecker passen. Dazu zwinken wir sie dann einfach dementsprechend ab. Es ist auch wichtig, dass hier die Isolierung der Adern unbeschädigt ist. Am besten jetzt direkt die Knickschutzhülse aufs Kabel stecken, denn das wird gerne vergessen und wenn wir das später dann merken, dann ist der Frust vorprogrammiert, dann müssen wir nämlich alles wieder lösen. Das Einführen in den Stecker ist nicht wirklich leicht, zumindest wenn ihr keine Einführungshilfe habt. Die liegen oft bei den Steckern bei, manchmal aber nicht, hier zum Beispiel nicht. Und diese Führungshilfen, das sind so kleine Plastikteile mit 8 Löchern für die Adern. Und wenn ihr Stecker kauft, empfehle ich euch welche zu kaufen, wo diese Führungshilfe eben beiliegt. Was unendliche Geduld erfordert, ist die Adern zu begradigen, anzuordnen und ohne Führungshilfe einzuschieben. Ich habe das aufgegeben. Wenn wir die Adern etwas länger lassen, gibt es allerdings einen Trick. Und das heißt, wir nehmen hier einfach eine Pinzette zur Hand und schieben die Adern dann einzeln vorsichtig ein. Das klappt sehr gut, allerdings muss das Kabel dann auch etwas länger sein. Hier im Video ist es zur Demonstration nochmal ein Stück länger als nötig. Im Video habe ich jetzt einen Stecker nach dem amerikanischen T568B Standard gekrimmt. Das heißt, hier sind einige Adern farblich vertauscht. Ich empfehle euch aber den europäischen Standard 568A und der sieht hier folgendermaßen aus. Hier im Bild seht ihr eben, wie die Pins verlaufen. Ihr seht weiß-grün gestreift, dann kommt grün, dann weiß-orange gestreift, blau, weiß-blau gestreift, orange, weiß-braun gestreift und dann braun. Im Vergleich dazu dann auch nochmal der amerikanische T568B Standard. Und hier sehen wir weiß-orange gestreift, dann orange, vorher war es da eben grün, dann weiß-grün gestreift, bei dem anderen war es da weiß-orange, dann kommt blau, dann weiß-blau gestreift, dann grün, da war es eben vorher dann orange. Ihr seht schon, das sind eben nur ein paar Adern vertauscht, dann weiß-braun gestreift und dann braun. Im Endeffekt unterscheiden sich diese beiden Standards also nur durch die Adern, durch die paar, die da farblich vertauscht sind. Es gibt neben den normalen Kabeln auch noch sogenannte Crossover-Kabel, wo die Adernpaare gekreuzt werden müssen. Ein Crossover-Kabel für Ethernet, also das ist 100 Base-T, kann nicht mit Gigabit, das wäre 1000 Base-T, verwendet werden, denn hier sind nur zwei Aderpaare gekreuzt. Da Gigabit aber alle vier Aderpaare nutzt, muss ein Crossover-Kabel für Gigabit, also alle Adernpaare, kreuzen. Ihr werdet allerdings in den wenigsten Fällen ein solches Crossover-Kabel benötigen, ich möchte das hier nur erwähnen. Nachdem wir jetzt also alle Adern korrekt bis zum Anschlag eingeschoben haben, halten wir alles gut fest, prüfen nochmal die Farben und dann kommen wir zum nächsten Schritt, dem Steckerkrimpen. Steckerkrimpen In den Steckern befinden sich kleine Metallspikes, die wir hier auch seitlich sehen können. Diese werden mit einer Krimzange quasi ins Kabel gedrückt. Das Kabel, was wir jetzt vorbereitet haben, da halten wir jetzt weiterhin die Spannung, indem wir die Kabel in den Stecker drücken, dass sie nicht rausrutschen und schieben dieses dann bis zum Anschlag in den Einschub der Zange. Drücken wir die Zange jetzt zusammen, dann sehen wir hier deutlich, dass der Kamm auf den Metallpins drückt und wir drücken jetzt kräftig, bis wir ein Klicken hören und dadurch presst sich das Ganze dann fest. Fertig, der Stecker ist gekrimmt. Seitlich sehen wir jetzt auch, dass die Metallspikes in Kabel versenkt wurden. Bei mir persönlich hat das erfolgreiche Krimpen zwei Versuche gebraucht. Am ersten Mal hatte ich nämlich die Farben falsch angeordnet. Einen solchen Fehler merken wir aber auch direkt, denn wir haben einen Kabeltester, mit dem wir das Ganze prüfen und damit geht es jetzt weiter. Kabel überprüfen Wir werden jetzt unser Kabel mit einem Standardkabeltester prüfen. Dazu stecken wir jeweils einen Stecker in die RJ45 Buchsen. Anschließend schieben wir den Schalter auf ON und die Lichter beginnen von oben nach runden grün zu blinken. Stellen wir den Schalter auf S, dann läuft dieser Vorgang deutlich langsamer ab, das ist zur Kontrolle einfacher. Wichtig bei dieser Prüfung ist, dass bei einem normalen Kabel die Zahlen von 1 bis 8 durchlaufen und zwar jeweils parallel, also links 1, rechts 1, links 2, rechts 2 und so weiter. Wenn die Adern falsch verkabelt sind, dann leuchten die Lichter nicht parallel auf, so wie wir es jetzt hier sehen können, das ist das erste Kabel, wo ich die Adern eben falsch vertauscht hatte. Bei einem Crossover-Kabel leuchten die Lampen logischerweise dementsprechend der Kreuzung der Kabel auf, also zum Beispiel 1, 3, 2, 6 und so weiter, da wäre das dann wieder normal. Da wir hier Stecker aus Kunststoff haben, leuchtet das Licht bei G nicht. G steht für Ground bzw. Erdung und das hatte ich vorhin bereits erläutert, wie das mit Metallsteckern funktioniert, nutzen wir eben die Metallstecker richtig und ist da alles richtig verbunden, dann würde hier auch das Licht bei G leuchten. Fazit Vorteile des Krimpens Wenn wir fähig sind, Kabel selber zu krimpen, dann können wir erstmal jeden Stecker tauschen und somit kaputte Stecker ersetzen, müssen nicht die ganzen Kabel wegschmeißen. Außerdem können wir auch längere Kabel zum Beispiel durchschneiden und teilen. Außerdem können wir unsere Netzwerkkabel auf jede Länge schneiden, die wir wollen. Im Handel gibt es nämlich meist nur gewisse Standardlängen. Ein 85 cm Kabel wirst du dort wohl eher nicht finden. Ich habe hier außerdem ein Kabel durchs Haus gelegt, durch Kabelschächte etc. und wenn der Stecker da jetzt an einem Ende kaputt ist, dann müsste ich das gesamte Kabel ersetzen und alles auseinandernehmen, das wäre eine Heidenarbeit, kann ich allerdings selber krimpen, dann tausche ich einfach den Stecker aus und spare mir einen Haufen Arbeit. Mit einigen Vorbereitungen und einer Investition von um die 30 Euro kann also jeder leicht auch Kabel selbst krimpen. Da hier keine Spannung fließt, gibt es auch keine Verletzungsgefahr durch irgendwelche Stromschläge. Das war jetzt auf jeden Fall ein weiteres kleines Do-it-yourself-Video von mir für dich und ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Ich danke dir, denn das hilft dem Kanal. Das war es jetzt auf jeden Fall von mir, ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video.